Das ist die hinreißende Annette. Die macht jetzt einen Vlog. Ja, die Uni hat mich abgelehnt, weil meine Bewerbung zu wenig über meine Persönlichkeit aussagt. Tja, dachte ich, dann werde ich jetzt persönlich und zwar richtig. Achso. Wie, achso? Ich dachte, du machst das nur, weil jetzt jeder einen Vlog macht. Das ist Maria, meine allerbeste Freundin, die mir immer gut zuhört. Es heißt übrigens Vlog. Ähm, ist das deiner? Ähm, das ist meiner. Annette teilt nicht so gerne, Baby. Das ist Graf, Marias Freund, mit dem sie alles teilt. Süße, das ist ein Vlog. Du kannst ruhig was aus dir machen. Ja. Ja, was denn? Du bist heiß. Kannst du ruhig zeigen, oder? Auf jeden Fall. Du findest Annette heiß? Damit schlag ich mich rum, Tag für Tag. Aber ich wollte ein spannenderes Leben und das hab ich nun davon. Und ihr könnt es mit mir teilen. Dienstags, donnerstags und sonntags. Ich freue mich auf euch. Alles Liebe, Annette. Hashtag geilster Scheiß ever. Hör auf zu mir. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis zum nächsten Mal.